Heute die Vulkan Inchok SW021, eine 25 mm Salute-Batterie mit einer Brenn-Dauer von ca. 45 Sekunden, ungefähr vom Effekt so ähnlich wie die Loud & Clear von Vulkan, die ja seit 2013 legal in Deutschland erhältlich ist. Hier kann man davon ausgehen, dass das ungefähr der große Bruder der Loud & Clear ist. Hier nochmal ein paar Informationen, SW021, die Charge aus 2013 mit der F3-Nummer, auch in Kategorie 3 eingestuft. Und zwar hat das Ding eine NEC von 250 Gramm und 25 Schuss. Hier nochmal das Cover, Shockwave steht hier drauf. Wie gesagt, 25 Schuss und 250 Gramm NEM, also rund 10 Gramm pro Schuss. Das hört sich dann doch schon ganz schön ordentlich an, wenn man so überlegt. Ja, so rund 8 bis 9 Gramm pro Salute, pro Knall. Das scheppert doch schon ganz ordentlich. Wie gesagt, von Vulkan, Kategorie 3, meines Wissens aus Holland, soweit ich weiß. Ja, würde ich sagen, gehen wir einfach mal testen. Vulkan in Schock. Und hast du die... Und hast du die...